Wir haben gerade präsentiert die Weltpremiere unserer CityBots, der Game Changer der Stadt der Zukunft. Der CityBot hat eigentlich das Potenzial zu einem echten Game Changer und das entspricht eigentlich unserem Anspruch, aktiv an der Mobilität der Zukunft mitzuarbeiten. Hier auf dem Walk of Innovations präsentieren wir Pilotprojekte mit einem sehr hohen Reifegrad und einem sehr hohen Innovationsgrad. Wir haben mit DrivePark und unserem Partner IOTA einen coolen Proof of Concept auf die Beine gestellt. Auch bei unseren Investoren und Analysten ist der CityBot schon jetzt ein Erfolgsmodell. Hier haben wir die Kollaboration aus Augmented und Virtual Reality. Durch diese neue Technologie können wir Meetings überall um die Welt abhandeln, ohne wirklich reisen zu müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017